Musik Hey Leute, willkommen bei meinem Kanal. Ich habe heute mal wieder ein neues, super cooles DIY für euch. Und zwar, weil ich letztens, wie einige von euch schon wissen, weil ich es auf Instagram gepostet habe, auf einem Holy Festival und da habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht mal richtig cool, ein DIY zu machen, wo ich zeige, wie man dieses Holy Pulver sehr einfach, schnell und günstig nachmachen kann. Und das habe ich heute auch gemacht. Also viel Spaß beim Inspirieren und let's go! Für dieses coole und einfache DIY braucht ihr einfach drei Dinge. Zum einen ist das Badesalz, das bekommt ihr eigentlich bei jedem Supermarkt. Außerdem braucht ihr nur noch Lebensmittelfarben, damit das Pulver am Ende, wie bei den Holy Festivals, richtig cool und bunt ist. Und zu guter Letzt einfach nur noch Wasser. Und im ersten Schritt müsst ihr einfach 150 Gramm Badesalz, etwas Lebensmittelfarbe und ein Esslöffel Wasser in eine Schüssel geben. Und so lange verrühren, bis sich das wirklich gleichmäßig verteilt hat. So sollte es dann am Ende aussehen. Und das habe ich dann einfach mit mehreren Farben gemacht. Musik Wenn ihr das dann soweit gemacht habt, braucht ihr einen Mörser oder auch etwas anderes, einfach um es klein zu schlagen. Und ihr tut dann einfach immer einen Esslöffel vom fertigen Gemisch rein. Und das schlägt ihr dann einfach so klein, bis es wirklich fein ist. Und ja, dann braucht ihr einfach nur noch Backpapier. Dann tut ihr dann einfach die fertige Menge drauf und verteilt es gleichmäßig. Das stellt ihr dann einfach für ein paar Stunden raus, sodass es trocknet. Und dass sich das in der Luft einfach besser auflöst, weil es dann nicht mehr so aneinander klebt. Wenn ihr wollt, könnt ihr es danach natürlich immer noch kleiner schlagen, damit es noch feiner ist. Und ja, schon habt ihr euer eigenes Holy-Pulver fertig und ich finde, das sieht richtig cool aus. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020